sehr cool ich sehe gerade ihr seht den aufkleber hier auf meinem handy okay das ist der nette drache hier und ein bisschen merchandise von clash of clans und damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten habt ihr im titel gesehen richtig richtig viel 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 dunkles sammeln also ich finde es richtig richtig gut dass man mal was zu tun hat denn das ist jetzt kein werbevideo oder so aber ich möchte auf etwas ganz ganz besonderes hinweisen denn wenn supercell uns die events hier nicht liefert also es gibt natürlich die events hier bei supercell gar keine frage clanspiele laufen noch es gibt die clankriegs liga aber wenn dann da irgendwo dazwischen nichts ist hier ist ja jetzt viel weiß dann bringt es die community und ich finde das richtig richtig gut als ich das auch gelesen habe habe ich gedacht das ist mal richtig eine krasse sache wer holt das delex ihr seht das hier in der deutschen community gibt es also einen aufruf das dunkle elixier zu sammeln und zwar du glaubst du schaffst es mehr dunkles zu sammeln als alle anderen jawohl dann hast du in der zeit vom 7 10 bis zum 14 10 die die chance dazu oder auch die zeit denn das dauert ja auch denn in genau diesem zeitraum veranstalten der german clash cup in kooperation mit clasher starts de also clasher starts ist ist bot er wird häufig in discord eingesetzt aber ihr habt natürlich auch eine web variante vom lieben florian der das ganze hier betreibt du bist mindestens rat aus acht also darunter wird es jetzt nicht so wirklich was mit delex sammeln also als siebener schon aber als sechser und fünfer vierer dreier zweier halt nicht unter beweis stellen dann melde dich noch heute auf dem discord server und ich kann euch sagen wir haben schon richtig richtig viele gemeldet und hast bis zum vierten noch die möglichkeit dazu wichtig ist dass man den server nicht vorher verlässt also wenn der server nach der anmeldung wieder verlassen wird dann ist natürlich auch sind die stats weg denke ich mal und wie melde mich dort an schreibt den oben genannten kanal ohne discord geht ganz ganz wenig im clash of clans einfach registrierte spieler kürzen und ihr seid dabei clasher starts bot trägt euch dann automatisch ein benötigt ihr dennoch hilfe steht euch das orga team vom german clash cup sowie florian cg oder cg nicht cg geh vom clasher starts de gern zur verfügung also ich kenne beide kanäle ich bin auch in beiden kanälen gast und habe mich auch vorher bevor ich das überbringe hier habe ich mal nachgefragt darf ich das mal machen na klar ich finde es richtig gut das event hier und gibt es preise gibt es preise natürlich gibt es preise die woche bleibt ja nicht ganz unbelohnt also jeder hat die chance zu gewinnen um es fair zu gestalten wird es für jede rathausstufe jeweils drei gewinner geben also insgesamt glaube ich werden knapp 19.000 jams hier ausgeschüttet rathaus 12 rathaus 11 ihr seht das hier selber zwischen zweieinhalb und 1500 2000 1000 10 9 und 8 jeweils 1500 1000 und 500 jams ich finde es richtig gut deswegen wollte ich das unbedingt auch auf meinem kanal bringen also guckt euch das ruhig an ihr müsst den client auf deutsch stellen ich habe ja eher weniger auf deutsch im englischen in den englischen news werdet werdet ihr sowas natürlich nicht finden wer holt das delex ich hoffe ihr holt das delex ich wünsche auf jeden fall auf jeden fall viel glück mit diesem account nämlich nicht daran teil denn ich weiß nicht wie sich das ganze gestaltet mit den die leuten mit 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 den leuten die überhaupt hier das volle delex haben ich habe ja hier a voll und b habe ich hier auch ganz ganz viel ich kann es auch noch nicht mal richtig nachholen eine karre habe ich auch noch aber ich habe einen account der kann das noch mit euch mitmachen denn der toto hat natürlich immer irgendeinen account der irgendwo was an delex an den dunklen elixier hier gebrauchen kann und in dem fall ist es der der toto also der toto himself hier der echte toto so heißt er auch also mit dem brauche ich fürchterlich viel dunkles elixier und ich brauche allerdings auch ein heldenbuch das kommt noch dazu ich brauche ein heldenbuch denn ich möchte ganz gerne noch vor dem laufenden klankrieg meinen helden hoch machen und gar nicht mal so einfach ich habe auch noch ein bisschen clanspiele mitgenommen ich bin jetzt schon ein bisschen länger der suche ist schon mittlerweile meine zweite suche vielleicht habe ich auch eine schlechte uhrzeit erwischt oder so 3000 3000 nämlich gerne mit 3000 nehme ich gerne mit das wären jetzt 3000 auf mein konto wenn ich jetzt daran teilnehmen ich muss mal gucken vielleicht nämlich vielleicht nämlich doch mal zum coolen event teil was habe ich in der club 5 bowler das machen wir da sind die bohrer aber wir gucken mal ob wir nicht zu den bohrern hinkommen denn die scheinen mir ein wenig zu voll zu sein und da können wir die mal ein bisschen leeren glaube ich meine mauerbrecher gehen allerdings auf eine andere mauer ich glaube ein pecker setzen wir hier mal und den rest hauen wir mal hier rein die dürfen jetzt eigentlich nicht nach außen gehen meine helden hier rein zack 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 komm 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 und dann springen wir mal dort wir springen mal dort rein ich glaube das ist ganz gut dann kriegen wir vielleicht doch noch den anderen bohrer aber da außen geht auch und pecker auch nicht schlecht pecker riese und ein magier die sind einfach mal mitgegangen das ist super mein king regelt hier absolut in der mitte am dunklen pot und da kriegen wir auf jeden fall den zweiten bohrer das ist super jetzt muss ich aber ja jetzt muss ich ihn auch schon was heißt schon zünden schon zünden ist gut wir nehmen hier noch mal den den wo denn in der mitte da haben wir obwohl wir hatten ja eine mitte eigentlich hatten pecky ok 1 2 3 einmal unsere unsere paar minions gesetzt da kann ich ja doch jetzt kann ich sie hier setzen die luftabwehr ist weg und queen ist noch zündbar hier unten ist allerdings jetzt nicht mehr da aber wir haben den gegner hier auf null das sind schon mal die ersten über 3000 für mich was sicherlich nicht schlecht ist also könnte ich auch im event teilnehmen könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben wenn ich mit dem richtig exzessiv fahren würde ja also wirklich dauerfahren mit boost einschmeißen und gems einschmeißen wenn die tränke alle aus sind denn man hat ja nur begrenzte anzahl in der in der in der in der treasury treasury heißt das so ja ich glaube so heißt das im englischen aber ich glaube den haben wir schon mal ganz gut hier gerockt hier aber sogar fast auf null gerockt also ganz ganz null und mit dem habe ich es echt nötig ihr seht ich habe zwar 92.000 aber ich will hier auch ein bisschen event machen nach wie vor ein bisschen klarspiele spielen und ein wenig hier natürlich von dem dunklen holen 3 2 mit dem bonus hier okay es gibt hier kein bonus es gibt hier kein bonus im dunklen bereich alles klar ich gucke mal was ich nachbauen muss denn das haben wir jetzt gerade gemacht 25 airsweeper 2 10 habe ich hier im sack und ein wenig clanspiele ich denke mal wir müssen die armee noch mal nachbauen denn warte mal mit den acht valküren haben wir hier noch ein valküren spiel an die haben wir nicht haben wir gar nicht wir haben kein valküren spiel hier aber wir müssen drei sterne acht valküren ach in einem in einem müssen wir das machen okay da müssen wir noch mal ran da müssen wir ganz ganz klar noch mal ran und dann nehme ich mal anstelle der riesen glaube ich doch mal zwei gulies mit die sind zwar nur auf zwei und was nehmen wir denn hier noch mehr mit an die peck ist keine gebrauchen 1 2 3 4 5 6 7 8 8 stück davon und ein paar mehr magier wohl so viel magier brauche ich auch nicht so viel magier brauche ich denn auch nicht dann immer noch ein pecker pecker einen davon 2 2 1 kurzer rack ein wenig hier requesten das heißt also kurz mal die clan burgtruppen anfordern und da machen wir sicherlich noch zwei angriffe hier zum dunklen fahren alles nicht so einfach hier leute kann ich euch sagen ich habe jetzt versucht mal so ein paar clanspiele zusammenzufassen also mit erdbeben wallis beziehungsweise die erdbeben sind glaube ich aus der aus dem pass die sind aus dem pass ich gucke mal gerade wo ich mir das loch hier am einfachsten aufmachen kann ich würde mal sagen da wir machen das mal an der seite hier score three star perfekt war das ist das ist alles nicht einfach für mich hier mit dem rathaus frisch neuner was habe ich denn da was habe ich denn da naja ok ok was machen was machen ich muss ich muss es ja jetzt nehmen wie es kommt ne ich muss es jetzt echt nehmen wie es kommt also auch die lunze mitnehmen ok da machen wir mal das beste draus aber ich habe natürlich jetzt nicht so viel zauber sehe ich gerade wo haben wir denn hier noch so ein zitternden king oder sowas oder irgendwie irgendwas wo wir noch ein zauber einsetzen können aber außen geht ein bisschen was mein king wo ist er ist in der mitte der ist aber gerade noch so im heil dann nehmen wir das mal da außen ich glaube das wird wieder kein perfekt ich glaube das wird wieder kein so guter angriff mal gucken wo sind eigentlich meine wallis sie sind aber auch erst auf level 2 auf level 2 queen vergessen naja ich hoffe mal auf den dritten angriff dass das jetzt irgendwas wird denn auch ich denke mal mit dem hier wird das jetzt mal gerade nix da dreht sich jetzt die kanone aber mein pecker ist ja noch mein pecker ist ja noch hier unten ist noch mein king und der tankt dort kanone und magierturm der tesla ist im ausbau jetzt ist oben ist allerdings nichts mehr jetzt kann ich nur hoffen dass die dass die magier nicht zu schnell sind der erste magier war schon mal zu schnell okay und der pecker will raus und nein obwohl das gar nicht mal so schlecht ist aber innen drin kann ich jetzt die magier nicht so gut gebrauchen muss ich mal sagen knappes ding hier ich habe natürlich auch gar kein gift genommen hätte ich auch am anfang mal für die queen nehmen können schade auch muss ich noch muss ich noch mehr angriffe hier machen um hier einen perfekten drei sterne hin zu bekommen mit den walküren damit ich das buch hier ein bisschen eher kriege oder schaffen die es doch noch 58 sekunden die beiden magier hier der pecker ist noch ist noch am tanken und die beiden magier packen die jetzt die kanone kommt die beiden magier packen die kanone jawohl dann wird das hier vielleicht doch noch ein guter dann wird das doch noch drei sterne alter wie knapp wie knapp ist das denn ja ok ich glaube dass das game haben wir in jedem fall gepackt da oben jawohl haben wir completed das ist nicht schlecht ein bisschen wollte ich hier noch in den pass rein spielen nämlich wenigstens die 1250 punkte jetzt habe ich natürlich schon wieder ein bisschen was was vorgebaut und hier ist nur nachtdorf nachtdorf was ist das hier in multiplayer battles 50 buildings das kriegen wir hin das kriegen wir hin ja also bauen wir die noch mal nach ja denn auch hier habe ich das noch nicht ganz 50 punkte bis dahin und die walküren brauche ich allerdings nicht mehr ich brauche die walküren nicht mehr mauerbrecher barbaren das kann ich jetzt auch nicht nehmen das ist auch blödsinn das ist auch blödsinn ich glaube das machen wir auch nicht kurzer cut und kurz mal requesten farm gift ok leute ich muss gerade ein bisschen lachen ich habe echt gerade viel loot weggeklickt aber ich muss den perfekten drei sterner noch einmal hinlegen hier jetzt mit dieser armee ich weiß die wallis sind jetzt durch aber ich habe ja noch golems zu machen und wir haben hier sprung zauber bisschen klatsch ich weiß gar nicht wie viele gebäude in so einem rathaus 9 base eigentlich stehen sind das über 50 habe ich muss sagen da habe ich noch nie rüber nach gedacht und auch noch nie gezählt egal wir gehen hier mal vor mal gucken wo so ein golem hingeht alter was geht er weit weg ok der wird ja nach da gehen naja ok dann haben wir hier jetzt mal so dann schlagen wir hier mal so eine riesenschneise glaube ich mal sehen ich habe jetzt sechs mauerbrecher dabei weil das ist ja auch noch ein klatspiel habe ich allerdings erstmal nicht ganz so viel gesetzt und dann haben wir hier was haben wir denn hier eigentlich mehr riesen ja alles klar ich habe noch mehr riesen dabei die beiden goleys gehen aber auch mit in die mitte das ist krass das ist super schön aufs kreuz hier die den sprung zauber gesetzt und die wallis noch dazu ich warte jetzt mal so ein bisschen glaube ich mit meinen zauber ich nehme jetzt glaube ich jetzt mal den ersten zauber hier an der stelle und ich hoffe jetzt dass nicht ganz so viele nach außen wollen das wollen sie erst mal nicht das ist gut so das ist gut so dann kann ich hier außen ein wenig weiter klären und hier vielleicht hier mein heil ansetzen vielleicht war auch nicht so gut oder gehen doch so viel nach außen sehe ich gerade ja ja da gehen doch so viel nach außen und wir haben aber auch jetzt keinen ah doch da haben wir das schon mal down wo sind meine ganzen wallis hier geblieben wo sind die ganzen wallis kommt macht macht da mal noch ein bisschen trouble in der mitte das wäre nicht schlecht wenn wir da noch ein bisschen was hinkriegen würden einmal hier außen vielleicht ein paar lakies gesetzt jetzt habe ich wieder kein gift genommen jetzt könnte ich doch eigentlich mal da den gift nehmen dass der king nicht so viel schaden an meinen golem macht das haben wir hier auch gemacht zwei lakies hier mal von hinten und drei von denen hier schaffen die den bogenschützen tun die schaffen den nicht die schaffen den nicht aber mein king ist da noch eine mitte level 10 king da ist noch ein pecker da ist noch ein kleiner golem da außen ist auch noch ein kleiner golem die queen geht wenigstens richtig okay das werden auch wieder drei sterne das ist wieder was für ein pass hier das werden in jedem fall drei sterne jawohl und dann habe ich hier in jedem fall was reingefarmt denn ja und auch ein bisschen dunkles aber ich habe schon viel viel mehr dunkles weggeklickt leute das könnt ihr mir glauben was ich eben ja schon weggeklickt habe aber ich habe immer so ein bisschen so den den drei sterne im kopf gehabt so nach dem motto die base darf jetzt nicht so stark sein deine truppe ist ja auch noch nicht so stark aber ich glaube die war hier jetzt stark genug das war hier was in den pass reingespielt haben ich gucke mal ein bisschen dunkles haben haben wir ja auch geholt also die challenge ist schon mal completed also es sind über 50 gebäude das kann ich euch sagen 1400 damit haben wir hier unten im pass in jedem fall was weiter gespielt und zwar 252 250 punkte und fünf mal den hier gemacht da gab es 160 für hier oben 200 für 293 wir sind so nah am pass dran dass ich das heldenbuch hier bekomme spiele ich das mit euch spiele ich das mit euch spiele ich das mit euch ich glaube ich spiele das mit euch ich spiele das kommt mit euch ja das kann ich ja das schaffe ich doch nicht mehr das schaffe ich doch nicht mehr punktemäßig heute glaube ich aber wir haben noch vier tage zeit und ich glaube dass das packe ich noch irgendwie das packe ich noch ein kleines spiel ein hier irgendwas cooles drei sterne im ck drei sterne im ck könnten was machen mal sehen mal sehen ob wir drei sterne im ck packen ich denke mal nicht mit der armee die ich jetzt gerade habe sondern mit einer anderen armee hier ich denke mal wir nehmen ein golem wir nehmen ganz viele hog rider die werden auf 4 nicht reichen das weiß ich wir nehmen zwei von den ballons 1 2 3 4 5 davon und ein paar magier auch dies das sind wenig magier das sind wenig magier da muss ich ein bisschen mehr haben denn ich habe nicht so eine so eine starke queen die mir da alles vom himmel holt und ich würde sagen 1 2 3 und 1 davon denn ich muss eine base gleich im ck machen das seht ihr dann irgendwie so in den streams oder so mal gucken ob ich euch das festhalte diese base muss ich machen das ist ganz ganz altes design aber der ist auch schon ziemlich ziemlich stark also was die defensive angeht aber das vorgehen sollte eigentlich klar sein wir kommen hier rüber mit unserem kill squad also golem rein die beiden loons hier drauf hier irgendwo die mauerbrecher platziert dass wir hier reinkommen king weg queen weg und vielleicht auch ein bisschen clanburg weg und dann aus dieser richtung hier hauen wir die hog rider rein ich würde sagen wir machen das hier noch mal so ein ganz 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 kleines bisschen modifiziert wir nehmen hier mal zwei riesen mit rein wir nehmen zwei riesen mit rein die schicke ich so ein bisschen dann über von der seite rein die mir so ein bisschen die die defense abhalten aber das ist dann ein thema eines anderen videos ich hoffe die folge hat euch gefallen hier also sammelt das dunkle kann ich euch nur sagen hier bin ich auf dem englischen client okay sammelt das dunkle guckt euch die folge noch mal nicht verlinke euch auch den discord in der beschreibung wer eben den discord noch nicht drin ist kann der dort in rein und kann sich rein melden also ich wünsche euch viel glück beim dunkle farm ich wünsche euch ein richtig nettes wochenende gewinnspiel nicht vergessen es läuft ja moment ein gewinnspiel auf meinem kanal das video von donnerstag freitag mittag und nehmt in jedem fall daran teil aber ich werde jetzt in jedem video kurz darauf hinweisen ich verlinke das aber auch mal in der infokarte bis dahin euer toto auf dem du w w w w